Mach sofort einfach weiter. Genau, du hast jetzt voll in die Aufnahme gequatscht, dann, Luca. Ja, du hast voll in die Aufnahme gequatscht, so, jetzt irgendwie kurz den Mund halten. So. Moin, Leute! Ja, wir sind ja hier gerade am Haus bauen. Der Luca ist auch da, der mir das alles hier ein bisschen vermasselt hat. So. Und dann... So, warte mal. Lalalalalalalala. Hier, ich hab' ne Schüssel. Ich weiß, wie man eine Schüssel macht hier so, warte. Holz. Zack, 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 zack. So, da, wo war das hier? Da, glaub ich, beim Eimer. Da, Schüssel. So. Gucken, wenn wir gleich ne Pilzku finden. Hab' die Schüssel schon mal bei mir. Möchtest du auch was zu essen? Mö, 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 mö. Lalalala. Lalalala. Die rennen hier immer so rum, die Pilzkühe. So, ich muss hier gerade antworten. Bla, bla, bla. So. Wow. Wer geht mich da? So, Kontrolle wieder die Hand nehmen. Wo ist mein Kontrolle? Oh, Glück gehabt. So. Bist du auch schon fertig? Nee, ich muss jetzt erstmal, äh, mein Haus ist noch nicht fertig, Junge. Oder mein Zimmer. Warte mal, ich kann mein Bett darüber tragen, mein Doppelbett. Zack, zack. Lalalala, du rüst mich an. Lalalala, was denn? Oh, mein, mein, ich kann das. Lass es sein noch. Lass es einfach sein. Ja, was ist noch hier? Musikstunde hier. Ja, ich geb dir gleich mal Musikstunde. So, ich lauf jetzt erstmal zum... Njuuu. Ich brauch erstmal heute, ey. Wett nicht, wer hol dich noch? Wett nicht, wer hol dich noch? Wett nicht. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Schneller, schneller. Yes. Ihr habt ja überholt. Ja, witzig. Wir haben ja kein Ziel gesetzt. Ach, Lava kein. Heute sagst du? Ich lave ja keine. Wo ist denn das Ding jetzt da? Wo bist du denn? Ich bin links von dir, wo? Okay. Mal ein bisschen so genießen. Bisschen genießen. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Ja, mit mir ist doch nichts los. Was ist denn? So, mal gucken, was jetzt so weitergeht. Ja, wie viele Minuten haben wir überhaupt? Nicht das gleich BOOM. BOOM? Wir haben schon mit der neuen Folge angefangen, du BOOM. Stimmt. Heute ist es nicht mein Tag. Entschuldigung. Merke ich. Merke ich. Ich habe kurzzeit Gedächtnis. Oh, Mann. Ich brauche. Boah, ich mache mir gleich eine Axt, Alter. Es wird schon wieder dunkel, ey. Ah, jetzt. Ah, so. Was? Aha, ich habe ja gerade mal auf mein Handy geguckt. Was denn? Ja, weil ich gucken, wie viel Zeit ich noch habe, ne? Ja. So, und dann habe ich eine Nachricht gekriegt, und das ist unser einzigster, oder der mir halt die Nachricht geschrieben hat, ist gerade unser Twitch-Follower, ne? Unser einzigster bis jetzt. Der hat ja auf mein Handy geschrieben, oder was? Ja, und deswegen kann ich jetzt nicht gucken, wie viel Zeit ich habe, also muss ich das ein bisschen abschätzen. Der hat ja auf mein Handy geschrieben? Ja, also heißt das doch, dass ich den kenne. Ach so, ja, hä? Den Namen sage ich dir gleich, den will ich ja hier jetzt nicht so sagen, ne, also. Das wäre ja ein bisschen blöd, oder nicht? Ich glaube, ich weiß es. Ja? Sag mal den, sag mal den Anfangsbuchstaben. S. Falsch. Okay, das weiß ich nicht. Ja, war mir klar. Oder einen noch, P. Nein. Äh. Ich könnte jetzt so viele sagen, aber egal. Ich könnte doch das komplette Alphabet durchgehen. Ah. Er. Lass es einfach, nein. Nein. Lass es einfach. Das bringt nichts. Das ist auch egal. Aber der hat ja geschrieben, Ja, er hat ja geschrien, dass er mit nem Schüssel machen müssen. Also, muss es ja einer sein, der sich mit Minecraft aufkennt. Welcher von deinen Freunden kennt sich mit Minecraft aus? Außer der mit P. Nein, der kennt sich nicht mit Minecraft aus. Warum sagt er uns das? Ja, er weiß es. Also nein. P, ja, kennt sich nicht mit Minecraft aus. Ich habe in der Höhle gefunden. Wo der? Wo bist du? Ich lasse, geh mal schlafen. Geh auch mal schlafen. Jo, ich. Durch den Fenster. Ich bin so fast am Verhungern. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Zombies und so. Ich darf hier nicht in die Augen gucken, ne? Oh, shit. Den Endermans-Dingern, Boomster. Du bist ja hin, der rennt doch mal. Ich kann nicht rennen, Alter. Ja, hast du Essen oder so? Nein, tu mir doch leid. Boah, der kann nicht rennen, ey. Das ist echt unmöglich. Wir müssen auf jeden Fall auch mal, äh... Was ist? Äh, auf jeden Fall zwei... Ach, zwei, äh, wir müssen auf jeden Fall nochmal Pferde zählen. Ja, wir müssen erst mal, dann müssen wir in der Höhle, müssen wir zum Spawner, dann müssen wir einen Sattel finden. Und wir müssen zwei Spawner finden. Wenn wir blocken, also machen kann man die nicht. Ach, kacke. Das ist der Problem. Oder was? Ja, dann... Nee, doch nicht. Wo? Ja, wie? Ja, Luca, du bist witzig, ne? Wir müssen... Was? Ja, wir brauchen ja auch einen Eingang, Trottel. Ja, wir werden doch hinter... Ach, no. Ja, wie sollen wir denn da hinkommen? Ja, du bist witzig, ne? Oh, okay, jetzt geschlafen, Mann. Oh, Mist. Jetzt geschlafen. Ah, ja, mein Bett ist da vorne. Ich schlafe, ich schlafe unter dem Sternhimmel. Ach, scheiße. Hä? Achso. Also, wenn's regnet, bin ich im Arsch. Nein, nicht im Arsch, sondern eher nass. So. Ah, kacke. Ja, komm. Gut. So. Wollen wir mal weitergucken, hier, ne? Da kommen jetzt drei so ne schittige Skelette. Oh, die ballern beide gleichzeitig auf mich, ey. Komm her, die kleinen Pups. Das kann ja nicht sein, du. Das kann ja nicht ziehen. Wie hoch hab ich das denn gebaut? So, ne? Ja. Schade. Hab doch Milch oder so. Okay. Okay. Du, 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 du. Oh, hier sind Creeper. Creeper ist mal lustig. Du, 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 du. Also, du, 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 du. Wow. So, erstmal hier ein bisschen was abholzen. Hab schon wieder die Axt vergessen, ne? Also, nächste Folge geht's auf jeden Fall dann die Höhle, ähm, in die Höhle, also in... In die Höhle. Ja, in die Höhle, so, ja. Ja, du musst das anders betonen. In die Höhle. Mach das mal, guck mal. In die Höhle. Ja, ha, ha, guck, klingt doch besser. Ach, es ist Freitag. Meintest du letzte Folge auch? Ach, Freitag. Ja, Freitag. Freitag. Reaktor. Blabliblub주. Ein, zwei, drei. ABC. Deine Mutter liegt im Schnee. So, wie krieg ich das? Ah, warte mal. Oh, egal. ich wollte gerade echt kacke hat baust noch über das gibt es ja noch so zu erzählen oder warum wollte er nicht jetzt geht ins wasser wenn es brennt eine feige sau du jetzt es ist ein bau ich denke ich krieg lieber ein drauf oder krieg aber ich will jetzt kriegen tot so weg mit dir noch hoffentlich bin ich gleich ein wolf weiter die wolf was habe ich wenig habe ich wenigstens haus hier irgendwo ist doch hier so ein scheiß kleines ding um an ich bin gleich fertig mit meinem haus das mache ich so früh so froh so froh ich bin gleich fertig war das denn ich verhunger nein 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 da ist kein essen drinnen bis zu kack ab nein 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 ich habe 18 fleisch und zwölf fleisch hallo da ist er wieder live ich brate mal was heute kann es regnen spüren oder schneien denn du kratzer selber wie der sonnenschein heute ist mein geburtstag darum feiern wir alle deine freunde freuen sich mit dir wie schön was reicht ich weiß ich muss jetzt wirklich abschätzen 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 wie lange wie lange haben jetzt auch schon aufgenommen wie lange nehmen wir jetzt schon auf ich weiß es mir meint jetzt komplett oder wie nein jetzt diese folge sein wir haben auch sein Teil mal nicht gestellt ja weil es ja oder so immer aufhören jetzt ich weiß nicht können wir ja na ja können wir ja machen ja ist ja ein bisschen kurzer oder längere vorgewöhnung jetzt nicht nico könnt ihr alles nico verdanken ne hier nico ja ok du hast den fall in deinem popo ja erzähl mir jetzt hast du den kopf das sieht ja geil aus ja ok tschüss ne ja tschau wirst du bescheuert ne ok ja dann pass auf mit dir in der folge tschüssi yeah ja